Unternehmen wählen ihren Standort nach verschiedenen Kriterien aus. Dazu gehört die Rechtssicherheit, die Lebensqualität eines Standortes, aber vor allem auch die Erreichbarkeit. Erreichbarkeit ist nicht nur für internationale Großkonzerne wichtig, wie beispielsweise Google, sondern auch Zürcher Unternehmen, die sich auf die Weltmärkte ausrichten, sind darauf angewiesen, dass sie schnell überall sein können. Der Flughafen Zürich trägt mit seiner Drehkreuzfunktion dazu bei, dass Zürich international sehr gut erreichbar ist. Das ist ein wichtiger Standortfaktor. Doch andere Standorte schlafen nicht, auch diese entwickeln sich weiter und Zürich und seine Unternehmen sollen an dieser Entwicklung teilhaben können. Der Flughafen Zürich muss sich entwickeln können. Dazu müssen wir ihm die Raumbedingungen geben, die Entwicklungsfähigkeit, die er braucht. Nur so kann er auch weiterhin seine Aufgabe als Tor der Schweiz zur Welt und Tor der Welt zur Schweiz wahrnehmen.